Rechtes Bemühen Es gibt Menschen, die sich für ein paar Wochen sehr intensiv in etwas üben und es danach ganz aufgeben. Und es gibt solche, die zwar nicht intensiv praktizieren, dafür aber regelmäßig und mit Beständigkeit. Werden Sie von jemandem gefragt, warum Sie sich in Meditation oder achtsame Bewusstheit üben, könnte eine gute Antwort sein, weil es mir gefällt oder weil ich mich daran erfreue. Wenn Sie die Praxis nicht genießen, wird sie anstrengend. Und das ermüdet Sie und am Ende geben Sie die Praxis ganz auf. Weil es mir gefällt, ist überhaupt die beste Motivation. Warum machen Sie Gehmeditation? Weil sie mir gefällt. Warum essen Sie vegetarisch? Weil mir das gefällt. Das, was Sie mögen, werden Sie auch weiterhin tun. Rechtes Bemühen führt zu Wohlbefinden. Nach seiner Erleuchtung hat der Buddha weiterhin praktiziert. Der Buddha war bereits ein Buddha. Warum also musste er weiterhin achtsames Gehen praktizieren? Weil es ihm gefiel. Falsches Bemühen. Falsches Bemühen Falsches Bemühen sehr gestresst. Falsches Bemühen. Falsches Bemühen. Falsches Bemühen. Falsches Bemühen. Falsches Bemühen. Das Speicherbewusstsein ist wie unser Wohnzimmer. Das Speicherbewusstsein.... Falsches Bemühen. Das Speicherbewusstsein ist wie unser Wohnzimmer, das Speicherbewusstsein wie der Keller. Normalerweise haben wir im Keller all die Sachen untergebracht, die wir nicht so mögen oder nicht in unserem Wohnzimer haben wollen. Der erste Schritt rechtem Bemühens besteht darin, unser Möglichstes zu tun, damit die unheilsamen negativen Samen sich nicht manifestieren können. In unserem Speicherbewusstsein sind auch positive Samen. Es gibt Samen der Liebe, des Mitgefühls, der Freude, der Vergebung und so weiter. Sie alle sind sehr nützliche, segensreiche Dinge, die in uns wohnen. Ähnlich wie die vielen Arten von Bakterien in unseren Verdauungsorganen oder in unserem Mund, auch sie sind sehr nützlich und heilsam. Doch es gibt auch andere Samen in unserem Speicherbewusstsein. Unsere Wut, Angst, Verzweiflung und unsere Traumata. Wir lassen sie ruhig und friedvoll im Speicherbewusstsein schlafen. Wir wecken sie nicht auf, denn wenn sie erst einmal wach sind, werden sie uns Probleme machen. Der zweite Schritt besteht darin, etwas zu tun, sollten sich Samen der Wut, Verzweiflung, Eifersucht, des Leidens oder Traumas bereits als geistige Gebilde manifestiert haben, um ihnen zu helfen, wieder als Samen ins Speicherbewusstsein zurückzukehren und dort wieder zu schlafen. Hat sich ein Samen im Geistbewusstsein erst einmal manifestiert und dort längere Zeit halten können, stärkt ihn das von Grund auf. Wenn sich also ein negatives geistiges Gebilde manifestiert, sollten sie nicht zulassen, dass es lange bleibt. Unternehmen sie etwas, um ihm zu helfen, sich zurückzuziehen. Nicht, indem sie es unterdrücken, sondern indem sie ihm dabei helfen, wieder ins Speicherbewusstsein zu gelangen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, einen positiven Samen einzuladen, sich zu manifestieren und den anderen dadurch zu ersetzen. Den Zapfen austauschen Der Buddha benutzte, um das zu illustrieren, das Bild eines Zapfens, wie sie von Schreinern verwendet werden. Um zwei Holzstücke zusammenzufügen, macht ein Schreiner in jedes ein Loch, justiert das Ganze und treibt einen Zapfen hindurch. Doch nach einer gewissen Zeit ist der Zapfen morsch und muss durch einen neuen ersetzt werden. Tauscht den Zapfen aus. Das ist die Empfehlung des Buddha. Manifestiert sich ein negatives, geistiges Gebilde, sollte man wissen, wie man es durch ein Positives ersetzen kann. Wir können auch an eine CD denken. Wenn uns eine CD nicht gefällt, müssen wir sie nicht bis zum Ende anhören. Wir können eine andere einlegen. Wenn wir Wut oder Verzweiflung nicht mögen, warum sollten wir dann da sitzen und unter ihnen leiden? Wenn uns ein bestimmter Film oder eine Fernsehsendung nicht gefällt, können wir das Programm wechseln. Es gibt in uns die positiven Samen des Mitgefühls, der Liebe, Freude und des Friedens. Laden wir sie doch ein. Das ist sehr wohltuend und kann die Situation sofort verändern. Sie müssen dafür die anderen geistigen Gebilde nicht unterdrücken oder bekämpfen. Der dritte Schritt rechten Bemühens besteht darin, die positiven Samen einzuladen, sich zu zeigen. Denken Sie an einen positiven Samen wie an eine Freundin, die Sie lange nicht gesehen haben. Sie in Ihrem Wohnzimmer zu haben, erfüllt sie mit Freude. Schicken Sie ihr eine Einladung. Sie wissen ja, dass die Präsenz Ihrer Freundin Dunkelheit und Sorgen vertreiben wird. Diese Freundin ist in Ihnen. Es ist die Fähigkeit, glücklich, freudvoll und mitfühlend zu sein. Und sie ist jederzeit für Sie da. Wir sollten Sie oft einladen, und das ist auch nicht besonders schwierig. Ich genieße es jedes Mal sehr, wenn ein solcher Freund bei mir zu Besuch ist. Freude und Glück sind allzeit möglich. Der vierte Schritt rechten Bemühens ist darin zu sehen, dass wir etwas Positives, das sich zeigt, so lange wie möglich bei uns im Wohnzimmer haben wollen, wie die gute Freundin, von der wir auch wollen, dass sie so lange wie möglich zu Besuch bleibt. Je länger ein positiver Samen bei uns zu Besuch bleibt, desto stärker wird er. Versuchen Sie, gute Dinge in Ihrem Geistbewusstsein zu halten. Dieser gute Samen wird dann stärker werden und weiter wachsen, und er wird sich beim nächsten Mal leichter manifestieren. Glück wird so bei uns zum Stammgast, zu einem ganz normalen Geisteszustand. Davor war Glück nichts allzu Vertrautes für uns. Wir waren lediglich von Zeit zu Zeit mal glücklich. Doch wenn die Samen des Glücks und der Liebe wirklich stark und kräftig geworden sind, werden sie sich von selbst, auch ohne unsere Einladung manifestieren, und wir werden sie willkommen heißen. Diese vier Aspekte rechten Bemühens bedürfen der Übung. Lassen Sie die schwierigen Samen unten schlafen und laden Sie sie nicht ein, hochzukommen. Und wenn Sie sich manifestiert haben, sollten Sie Ihr Möglichstes tun, damit Sie so schnell wie möglich wieder ins Speicherbewusstsein zurückkehren. laden Sie die positiven Dinge, die sich noch nicht manifestiert haben, ein, dies zu tun. Und wenn Sie das getan haben, bitten Sie, sie länger zu bleiben. Das ist die wahre Bedeutung von Bemühen. Es kann uns so viel Glück bringen. Das ist die wahre Bedeutung von Bemühen.